Herzlich Willkommen und zurück wieder heute zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Im letzten Part hatten wir erfolgreich die Welt 3.5 und 3.6 abgeschlossen. Heute geht es erstmal ein bisschen ans Casino und anschließend weiter mit der Welt 3.7. So in sowas bin ich immer richtig mies das so time. Immer in einem Metz, das ist zwar scheiße, aber besser als nix. Ich gebe ein Mann ab und auf Münzen. Das ist doch so was. Besser als nix. Das kann man mal festhalten auf jeden Fall. So wir machen heute wie gesagt mit Welt 3.7 weiter hin und her im Saltertal. Das Level ist wild und vor allem im Multiplayer ist. Dieses Level ist einfach richtig richtig wild. Weil das einfach richtig richtig stressvoll ist. Da haben wir wirklich auch noch Horror Erlebnisse von diesem Level. die ist jetzt nicht schön. Aber weil es hier so viele Abfuck Sachen gab. Die werden ich erst schon sehen. Die sind schon anders ätzelt gewesen. Aber was auch immer. Irgendwo gab es ja auch was in irgendeinem. Ja da darf man da auch nicht drauf drücken. Wie würde man geputzelt werden. So und die Side Systeme. Das ist halt richtig lustig. Weil das einfach irgendwie zu zweit macht. Richtig aus den Knies am verkacken ist dann. So yeah hier gab es jetzt den. Ich würde eigentlich dieses. Das heißt. Super Tidy zerstören. Gerade noch so gesaft. Ey ja. Das ist ja geglaubt. So Mario Kart 2. Ich werde einfach mal hier drauf springen. Wäre super. Dankeschön. So. Sack. Dann wird dann umdrehen. Dann wird das Ganze ein bisschen saßt mit XM. So. So. Und hier geht es jetzt runter. Aber da ging es irgendwo rauf. Ganz genau hier. Perfekt. Jetzt haben wir noch alle Seiten ein. So viele Seiten sein. Und wenn man dann eh mehr Seiten bekommt. So. Hier muss man einfach nur runtersausen. Und dann gibt es alles was man haben will. Ich will das nicht verkacken mit dem Stern zu crepen. Perfekt. Das wäre das gewesen. Wenn es zu unten gelandet. Wäre das dann außerhalb des Sternen nicht bekommen. Ist ja mies gewesen. So. Und dann wird diese ungrünen Teile. Scheiße man. Wollte das eigentlich einfach kaputt machen. Dann. Hoppla. Sprunger war einfach mal so dran. Dass ich selbst gerade kaputt gehe. Profis am Werk. So. Und hier verlässt du das dann lieber mal nicht weiter. Und hier verlässt du das jetzt lieber mal nicht weiter. Ja. Das kann man natürlich auch mal machen. Nein. 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 Das ist ja wieder kritisch hier. Nichts noch mal. Millimeter Inversionsinversion von Bienen Hier gab es den zweiten 1 weiß ich noch Gehnt hier rein Ja man kann ja runterfallen kann man ja gar nicht mal lol Hier kann man es aber Nein 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 In die Richtung Die war so anders Ok jetzt wird es Doch, nein, 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 da darfst du stehen, ich hätte beinahe noch so irgendwie irgendwas reißen können, ich weiß immer noch was alles reißt, ja egal, das ist doch mal besser als nix, so, sag, aber jetzt will ich das mit dir nimmer hinbekommen, also wo ich das eigentlich gar nicht, oder doch, weil man einfach so dumm ist dran vorbei geht, okay, reden wir nicht drüber, na, was geht, kannst du ja, also auch nicht so, ich bin verkackt, so, die Biete fucken ab, aber die tun wir einfach mal nicht beachten, um es können, wie, wie ist das, Birkles, Betrugles, mal wieder hier auf feinster Ebene, grüße, ne, nee, Kinder, ey, das ist ein, äh, Satz mit X, das war wohl nix, dafür war das immer was, wild, oh, wild, haben wir ganz ne Bienen hier beraten, ne, ist ein Teil davon, oh, boah, scheiße, cover double, nein, cover nicht, okay, kurz zu machen, bisschen anders, mies, gerade, so, egal, was mir wert, aber das wir den, ähm, Stern, obwohl, so, ich glaube, das geht jetzt hierauf weiter, ne, geht's gar nicht mal weiter, scheiße, das ist halt so mies, ähm, was mach ich denn jetzt hier, weil das Ding ist am Ars, okay, ja, was war das Ding ist, weil wir, das Ding ist ja voll der Scheiß, äh, hier als kleinen Mario noch zu verrecken, es wär, realistisch, ich kenn mich, und es wär, so, ultra, nervig, als kleinen Mario da noch irgendwas zu verrecken dann hat, hehehe, auf dem Glück ist jetzt ja nichts passiert, pff, Glück gehabt, das ist so wild, ey, so, ich will ein bisschen mal reden immer wieder, somit immer ein bisschen, ähm, sag mal, für euch aufregender und spannender werden, ne, so, Mensch, ich nehme mir das so ein bisschen vor, oh, das ist denn das Castle, wild, was fehlt denn noch vom Castle, so viel fehlt nicht mehr, da ist noch so ein Tothaus, das besuchen wir uns auch gleich mal, und dann werden wir auch in die Castle von der, wobei, nicht, aber erst im nächsten Part, Castle Level, das sind extra Parts, so, jetzt aus, so, wir nehmen das kleine, wir sind mal nicht so, ich hatte immer Pokerspiel, ob die jetzt die Lehre daraus machen, dass man ein kleines Geschenk nehmen soll, aus dem Kleinen, mit meistens mehr, oder sagt, und das Groß nehmen, weil das Groß passt mir rein, so nach dem Motto, dass die uns reassen immer eigentlich so pokern, muss man halt zauern, was einem mehr taugt, und was, äh, man denkt, was es sein könnte, so, es dauert heute erst ein bisschen kurz, aber sonst haben wir uns heute alles gemacht, damit ein Sternenlevel, ich hoffe, wir haben überhaupt genügend Sternen, die man braucht, offensichtlich, weil das ist freigeschaltet, Sturm auf Bosers Kugelwili, äh, Express, das wird nochmal witzig werden, aber erst im nächsten Part, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, und ciao! Ciao!